Dann woppt ihr sofort auf Painster auf Null, ne? Nehmt ihr in die New Watchlist. Oh, das ist wohl da. Auf, auf hin. Direkt tracking disruption, direkt tracking disruption. Stemme ist auf. Wer braucht. Er greift mich an. Orbitet mit Mabe. Jones raus. Brauchen wir ein bisschen Armut. Kannst du gleich haben. Rapp den noch nicht. Ich will nicht, dass die halt wissen. Lass, lass die Pögel ruhig ein bisschen Armut drauf. Oh, ein Kassel. Rapp den hoch, rapp den hoch. Rapp den hoch. Der Bonus läuft ja. Was läuft? Wir nehmen als nächstes die Harri... Ne, die Talos. Die Talos scramble mit mir die Tal... Ich mache einen scramble auf die Talos. Ja. Hallo, alle Opo-Orbit. Hallo, Opo-Orbit. Hallo, Opo-Orbit auf fünf Stunden. Talos ist tracking. Ja, tracking. Auf Ding. Die Talos natürlich. Tracking Speed. Bleib bei der dran. Haben wir da nen Web drauf? Da muss nen Web drauf. Ja. Gas drauf. Bleib dran, mein Ding. Ach, der Talos machen wir die Harri... Feig. Oh, oh. Dämp die Feig. Dämp die Feig. Oh. Dämp sein darf die Feig. Ach, der Talos machen wir die Harrikan. Ich mach's gleich mal auf die Harrikan. Schön die Harrikan auf. Ein Ripper auf den Opo. Schön zur Harrikan. 500 Euro. Die Felgen kommen näher. Die Felgen kommen näher. Opo macht gleich noch's gleich mal auf die Felgen. Jungs schickt eure Drowns auf die Felgen. Schickt eure Drowns auf die Felgen. Schickt eure Drowns auf die Felgen. Opo musst die Pointen. Alle Drowns auf die Felgen. Passt auf euren Cap auf. Opo hast die, ne? Hast die Scrambled? Nö, nö. Scramble die, scrramble die, scrramble die. Die ist zu weit und ich hab съ lampt. Du musst overheaten, Mann. Du bist in Arasoo. Du musst es ja da haben. 50km, da komm ich ja fast dran Scramble den jetzt Wurpo Reps Wurpo Reps Das ist nicht so schlimm, lass den ruhig in Halbarmor gehen Rep nicht zu krass jetzt, rep nicht zu krass Die brauchen ein bisschen Hoffnung Gebt daher Gebt denen ein bisschen Hoffnung Nur ein bisschen Nicht zu viel Jetzt die Hurricane Jetzt die Hurricane wieder Mach jemand einen Punkt auf die Da kommt die Skide Mach jemand einen Punkt auf die Skide Dämmt die Skide, Dämmt die Skide, Hupo Der muss dann ganz nah ran Dämmt die Skide Jungs, lasst einen Rapper auf dem Hupo laufen Hurricane primary Dämmt die Skide Danach machen wir die Drake Die Drake namens M. Vecchi Hupo Reps Ich hab Scramble auf M. Vecchi Er macht den zweiten Rapper auf den Hupo Hupo Reps Das ist nicht so schlimm, die Vengeance haut ab Ja, die anderen sind auch abgehauen Mach einer Scramble auf M. Vecchi Mach einer Scramble auf M. Vecchi Wunderbar Oh fuck, wo gönne ich denn hier hin? Ja, der Orbit ist weg. Wegen der Hurriket. Oh Gott, schnapp ey. Gut, dass ich nur einen Afterburner anhabe. Sonst werde ich ihn weggeworfen wie so ein Behinderter. Oh, ich krieg so ganz bisschen damage. Echt? Gleich ist er ein toter Ex-Dev-Con. Ich will gleich seinen Jungs sagen. Jungs, ich war auch mal in der Gorb. Ich hätte, ich könnte auch so awesome sein. Bin ich aber nicht. War noch ein guter Fight. Ja, es war ein guter Fight. Warum hab ich eigentlich einen Dröckengriss gehabt auf der Drake? Was willst du sonst denn? Ich hab Schwart. Ich brauch keinen Com-Gap. Mach mal volle Reborns. Einmal. Einmal so zum Demonstration. Weil sie nicht noch mehr Hoffnung ist schädlich. Weißt du, die kommen noch verloren? Ich glaube. Ich bin auch. Die gehen gleich schön ins Bettchen. Das war aber auch easy zu rappen. Ein Ripper. Und da habt ihr... Ich hab teilweise dann... Asyl Hochgang hab ich ja zwei angemacht. Aber den hab ich nachher auch wieder ausgemacht. Ja, aber durch den Orbit und so. Ich glaube, dass du da... Durch den Tracking Disruption und den Orbit viel ausgeholt hast. Immer wenn du gesagt hast... Oder wenn jemand gesehen hat, dass... Einer attackt hat. Da hab ich mal zwei oder drei reingemacht. Und vor allen Cycle dann immer nur einen weiterlaufen lassen. Ja genau. Am Anfang zwei und dann ihn wegnehmen. Ja. Gut Job. Ja. Moment mal. Rupo! Was? Was kann mit dem Wichser? Der will looten! Rupo! Rupo! Hast du ihn? Nö. Normal Point. Jungs, Warrior ist raus. Rauf da! Hinterher burn. Rupo, halt den Point so lang du kannst. Halt den Point so lang du kannst. Schnaußer Range. Meine Drones sind noch hinterher. Ihr habt relativ viel Range mit dem. Die ganzen. Auf 82. Schnaußer Range. Ist egal, lass die Drones hinterher fliegen. Nicht so schlimm. Kann er sich nicht erlauben, wegzuleinen. Ich mach ihn. Ich mach ihn. Ich mach ihn. Rupo aligned, ich mach MWD auch. Loll. Ja, ich mach ihn. Ja, jahren zurück. Jahren zurück. Alle zum Wupo. Rupo. Jetzt sind wir natürlich ein Stückchen geworden. 70 km. Hat jemand jemand einen anderen Pingspot? Ja, ich hab sicher was... Ja, dann geh mal jemand auch einen anderen Pingspot dann. Ihr vergesst auch und du uns nicht da hinten. Ja, meine Drohne. Bis zum nächsten Mal.